Yo Leute, was geht ab und damit? Ein herzliches Willkommen zu einem neuen FIFA 17 Info Video und zwar dreht es sich heute um eine neue Serie auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr habt es richtig gehört, es gibt eine neue Serie auf meinem Kanal und ihr da draußen dürft entscheiden, mit welchem Spieler wir diese Serie machen werden. Es kann auch ein Inform sein, was weiß ich. Und ja, schreibt es einfach in die Kommentare, mit wem ihr die Serie sehen wollt. Und ja Leute, würde ich sagen, gehen wir mal zum Regelwerk. Falls unser Starspieler ein Tor schießen sollte, kriegen wir plus ein Upgrade. Falls wir verlieren sollten, kriegen wir minus eins. Falls wir gewinnen sollten, plus eins. Falls unser Gegner ein Wage Grid macht, kriegen wir plus zwei Upgrades. Und falls irgendein Spieler aus unserer Mannschaft ein Tor schießt, kriegen wir plus ein Upgrade. Und wir werden dann halt versuchen, von Bronze und ein bisschen Gold zu arbeiten. Und falls ihr euch jetzt wundert, es geht nicht direkt, dass es von Bronze auf Gold geht. Wir werden halt versuchen, von Bronze, Non-Wear auf Bronze-Wear, von Silber-Non-Wear auf Silber-Wear und das gleiche dann mehr Gold. Und wenn wir alle Wear haben, können wir auch Special-Karten reintun. So Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute. Und ciao. Wow.